Servus Leute, hier ist der Racer Was laberst du, das fängt doch gar nicht an! Doch, wir sind Level 1 Achso Ja Nein, wieso bin ich jetzt verreckt? Servus Leute, hier ist der Racer Also Servus, wir haben das Scheißspiel heißt Sterbt alle an Krebs Das ist ein blutiges Jump & Run Game, das sieht man ja schon Wir spielen das zu viert mit Ja, warte, 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 wir warten bis alle zum Ziel sind Du Wixer, Alter! Ja, fick dich illo Du kannst den Game sein, ich geh Nein! Du Hörenskind, Alter, nein! Wie kannst du dich hier auf Doppeln kontrollieren? Jetzt hat nicht der Wichsel-Kill, sondern Verdammt 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 Ja, warte, wir können doch wieder zurück, oder? Nee, doch nicht. Nein, das kann man nur aus dem Bonus-Leveln. Ah, fuck! Du kleines Kind! Fuck! Wir müssen wieder warten, bis... Nein! Das mal Kanadis-disziplin, das Level. Du Wechsel! Nein! 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 Es geht so rein! Hä? Ah, fuck! Ja! Was war das denn?! Im Rübersch... Scheiße! Okay, jetzt warte ich jetzt. Ja, wir warten so sozial, gell? Nein, zu früh! Nee! Jawoll! Verdammt, ich springe nicht! Ich wollte gerade eben noch springen. Jetzt habe ich's. Das ist das. Was ist los? Wartuch? Au! Alles geil! Nein glauben! Oh nein! Toffi! Keiner! Hä? Seid ihr schon durch, Alter? Ja, aus Versehen! Warte, geh mal links! Hey! Abkürzung! Ja, Alter, lass es mir halt beim Leben! Geh mal Bonus! What? Ja, also! Das ist alles noch nicht hochgegangen! Ist okay! Opa! Ach du Scheiße, das sind viel zu viele Leute, das checkt ihr an! Ich kann da Lightly jumpen eigentlich, also ganz kurz drücken! Ganz kurz drücken! Ja, und wer hupst du? Ja, fick dich! Nein! Wie dieser faule Grün ist! Ja, tu Hund, Alter! Ja! Ihr holt mich einfach von oben hier wieder runter! Ja, und jetzt? Ah, fuck! Soll ich es auslösen! Hä? Wo bin ich? Wo bin ich? Du musst gedruckt springen! Ich bin einmal da! Wie du bist nur da, dann scheuen neu! Hä, wie bist du denn nicht mehr da? Sieht die Map aber sich nicht! Wo bin ich? Bin ich? Ich glaube nach rechts links! Warte mal, soll ich weiter gehen? Vielleicht seht... Seht ihr mich noch? Nein! Siehst du dich noch? Jetzt bin ich wieder da! Hä? 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 Ich hab vergessen! Ich bin nicht wieder weg! Ich bin wieder weg! Ich bin wieder weg! Jetzt geht's wieder! Warte, ich muss kurz mein Hätte an Strom anschließen! Oh, what the fuck? Alter! Ja, fick dich da hin! So, jetzt bin ich wieder weg! Was ist denn los? Ich krieg's nicht! Ah, Simon hat's level auch geschafft! Ah, ja klar! Scheiße! Das schaffst du allein locker easy! Mach auch mit uns gangbägen! Oh ja, okay! Alter! Wie mach ich das? Das ist so nett! Am besten laufst du in Lava rein! Du musst springen und dann wieder zurück schnell kurz vor und zurück oder auslosen und dann oben drauf! Oh! Jetzt kann's schon drüber! Und der warst jetzt genau so! Achtung, der schießt! Okay! Let's go wieder hoch! Jawoll! Endlich ein Level, was alle geschafft haben! Oh! Ja! Ja! Oh ne, jetzt kommt der größte Abfahrt wieder! Hui! Ja, tschüss! Ja, wir haben's vorhin schon mal getestet! Ah, fuck! Das ist das! Fick dich! Fick dich! Du elendige Bastard! Wenn du in mich reinspringst! Ja! Ist das echt so schwer? Nö, das geht's! Ja! Ja! Okay, jedes Mal sterb ich noch am Ende! Ach, der ist scheiße! Alter! Ja! Dann müssen wir eh hier weitermachen! Ja! 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 Wie geht's? Ja! Hallo! Wie geht es! Ich bring einfach jemand drauf auf und springe nach die Double Jump! Verdammt, da wehr er die Zacken! N-�h! Er kniet sich hinter den Sprung! Haha! Trophy! Haha! So! So, ich bin drüben Der ist nur hinten, zacken Ähm, soll ich mal meinen an? Was ist denn da? Jaaa Scheiße, ich warte Der scheiß Controller spacht ab, Alter Der hängt manchmal So, der hängt Jetzt weiß ich, was du mit Hängen von Controller weißt Ach, gibt's den? Warte, geh mal da hoch, wir gehen da hoch Warte, oben, hier hin zuerst Nein, 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 Horsche, wir gehen aber den Geheimweg Fuck Ey, da musst du irgendwie ein Sprung-Kombo machen Wie machen wir's? Tofi, ich hätte es fast geschafft Das war doof von mir Spring du auf mich drauf Das spackt schon wieder Kai, spring vor, ich spring auf dich Spring du Kagi machen wir's zwei wieder Wir zwei machen's wieder, Tofi, los Wieso hat das nicht funktioniert? Spring du Irgendwenn hab ich getroffen, passt Horsche, ich los, wir schaffen eh nicht alle Das geht ja gar nicht Der Letzte kann's nicht schaffen Jetzt bin ich schon verrengert Ich bin schon verrengert, weil ich losgegangen ist Au Ich bin nicht zu viel Scheiße Wir haben das schon mal gemacht Wir haben das schon mal gemacht Simon geht unten rum Unten ist unmöglich Unten ist unmöglich Hä? Wo steh ich, Alter? Du wechsel Ah! Ich hab's noch gesehen, Tuff Ja, Simon, alles ist okay Du hord Ja, wie soll ich denn da doch kommen? Alter Horsche NIEMAAAIS NIEMAAIS 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 komm ich da durch Das Geht doch gar nicht Ja, ist okay Alter, wie ihr mich immer umbringst Das ist nicht fair Ja, ja, Tuffi Das geht nicht, man kann ja nicht durch Ja Alter Nein Fick dir Scheiße Ach komm, jetzt hätte ich's fast geschafft Verdammt Verdammt, wieder Geoff Scheiße auch .2 Es wird schon alles bisschen rot jakbyывайтесь Ha, bissel von ıy die Didache łum Diese Faule service Sok Gott Nein Nein! Warte, warte mal ganz kurz. Warum bin ich so hochgejumpt, ist die Frage. Warum ist da rechts unten eigentlich Gras? Wo man laufen könnte? Wo rechts? Ach, da unten rechts, meinst du? Nein, ich laufe schon wieder in die Scheiße rein! Ich hab keine Ahnung, warte mal. Versuch mal einzulaufen. Fick dich. Fick dich! Nee, geht nicht. Spawn trappen. Na weiter gehen! Du schaffst das. Horshek hat's ja schon einmal gehabt! Ja, ich war auch schon fast. Ich war auch fast. Aber ich werde ständig umbracht von der gewissen Person. Alter. Ah, fuck. Horshek, hast du eigentlich gesehen, wie hoch ich vorhin geflogen bin? Alter, wir müssen das nacheinander machen, ey. Scheiße. Komm da nie durch. Niemals komm ich da durch. Ah, durch. Nee, komm mal nicht. Ja, spring rüber. Nee. Wie soll das unten drin? Du weißt doch, dass ich hier dran liege und springe! Niemals komm ich da nicht rum! Ah, fuck dich! Schau wie hoch wir da kommen! Ah, verfickte Scheiße. NIEIN! Der Scheiß hat Rollstück losgelassen! Hey, ich laufe wieder auf der Schelle! Neeein! Das geht nicht! Ich häng immer noch da unten! Nein! Nur ganz locker antippen, Tofi! Alter, dieses Bike-Dome ist komplett rot einfach mal! Komplett! Wolltest du mich gleich wieder springen lassen? Lass mal, Tofi! Nur ganz kurz klicken! Ich fäll eh schon mal in den ersten Spikes! Na, wenn dann am Anfang! Ja! So, da ist jemand! Ah! Sag's mal Bescheid, wenn wir weitergehen können! Da, schon dreimal drüben oder so! Bring! Zweimal! Was, ich war auch schon zweimal drüben! Komm! Wui! Immer diesen Scheiß-Dick halt! Na! Die Scheiß-Dick! Jetzt kommt's, jetzt kommt's! Dofi! Alter, ich bin doch nur ganz... Ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie... Boah, dieser blöde... Ja! Dieser blöde Stick! Jetzt lass dich bloß nicht umbringen! Nein! Jetzt spring ich auch noch gegen den unteren, hey! Einfach nur unten drücken! Einfach nur unten drücken! Mir tut langsam der Finger weh! Seht übrigens... Ja, da geht's weiter! Ich schaff das nicht! Ich weiß, ich hab's gesehen! What? Ja! Gleich mal Gangbang! Das ist übrigens das letzte Level von der Welt! Ah, geil! Hä? Sorry! Au! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Das ist nicht so schwer! Gar nix! Du bist viel zu laut! Scoopoack! Gott, man hat richtig Angst auf die nächste Mal there! Oh! Jaaah! Oh gut, er wird so fetzt! Absolut! Spring nicht, sondern ividadeppe König.. Springen einfach nicht! Ja, wie du angestempel bist, oder am Ziel! E过... Jo mon hat doch so! Ja ist okay! Weil mich das sehr beschäftigt! Alter! ja, scheiß Alter, schlägst du in die Welt? Ja geil, wir sind mir, Bro Sock mal weiter Das hat weh Niemals ist das möglich Doch, das hab ich schon gemacht Das ist vollkommen unmöglich, ich weiß nicht mehr, wo ich bin Es kommt gleich das schwerste Level ever Ja, ihr wichsen Ich bin schon Ja! Kage Ach shit Das geht doch allein niemals Ja, eigentlich geht so viel Ja! Ja, das Zimmer bleibt unterliegen Wenn man unterliegt, kann's keinen anderen schaffen Ja, okay, so geht's Ah, scheiße Ich komm nicht da hoch Jetzt kommst du da hoch Wie geht es? Nicht springen, während du auf dem Trampolin Was dann? In der Luft dann nochmal springen Einfach nur Das Trampolin Normal Ohne was zu drücken Und wenn du an der O-Stelle dann hoch bist Dann kannst du A drücken zum Springen Ich bin blöd, hey Ach, ich bin der Rote Ja, ist auch du viel Ja, Alter, du hattest mich fast auf den einen höher Count Das war gar nicht so schlecht Ach so Und wie komm ich jetzt da rüber? Dazwischendurch Nein! Muss halt richtig rüber springen Simon Versuch mal, warte Alter, du Huren, Alter Alter, ihr blöden Wichser Ich will euch hier hoch boosten, okay? Wie denn? Versuch mal Auf das andere Oh, sorry Versuch mal Ach so, auf das da? Alter Alter Ja Okay, ich spring, dann springst du, okay? Ja Auf drei Eins, zwei, drei Das war ja was Das war ja was Neuer Timing, ey Auf drei Oh, nein, 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 der hat er vorbei, ey Danke, das ist Schuss aus Lust Ah, verdammt Was war das? Was war das? Was war das? Mal die oben zuhlen Ich beim Aufstehen gehe immer diese Scheiße rein Wir tanzen hier oben in eine Runde Komm hoch Genau, dann sind wir voll fertig, wenn ich da hochhüpfen und auf dir lande Was muss ich machen? Wir kommen wieder hin Kannst du mal Trampolin im richtigen Moment da durchziehen? Ähm, spring erstmal aufs Trampolin, das tötet dich auf jeden Fall noch nicht Dann siehst du, du musst jetzt Im richtigen Moment? Nach links springen und dann nochmal den, äh, Sprung draufsetzen Im genau richtigen Moment, nichts später nicht Schau dir eh nicht Ich hab auch gefällt Ich war auch schon bei oben Tot alles Blut rot Ok und jetzt, er? Ja, Glück haben Das war, wohl, falsch Scheiße Ich bin... Überhaupt den Rot hier. Uffack! 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 Zuhörst wieder... Nein! Uffack! Uffack! Simon, du wechselst mich rumbrach, hey! Hahahaha! Nein! Sag's Bescheid, wenn ich weitergehen soll! Ich schau mir das aber auch gar nicht an den Zeitraum! Sobald du nichts einfach hochschaffst! Ja, ich schaff das sowieso nicht! Ja, dann geht's hoch! Machen wir einfach die Hälfte, dann muss ich's schaffen, also zwei! Ja, wir zwei schaffen's eh nicht! Oh, jetzt kommt wieder zu! Hey, was war jetzt? Hey, das ist geil, wenn einer... Wenn einer anfokussiert ist, dann können die anderen durchlaufen! Ja, und dann verrecken auf einmal alle! Ich hab's halt sogar mit anfokussiert geschafft! Leute, was ist los mit euch? Soll ich die Kugel auf mich lenken? Das sollt ihr auf den vordersten schießen, oder nicht? Nein, schießt nicht auf den vordersten! Ja, das sucht und... Findet den nähersten! Das ist der schönsten! Achso, jetzt! Jaaaa! Ist ok, was mach ich?! Ja, ja, ja! Ja, warte, das schaff ich, das schaff ich! Oh, dort auch nicht! Das ist halt, das ist halt dort! Diesmal darf Tophie hochgehen, weil Tophie das Level geschafft hat! Hey, 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 ich will auch noch schaffen! Jaaaa! 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 Heißkalt amal wie ihn! Ich hab das Level zweimal geschafft und steh mit Simon am Anfang! Ich komm net über den Rüben! Ich hoffe, ich seh dreimal! Ich hoffe, ich seh dreimal! Wie komm ich net da drübe?! Sollt ihr vielleicht erst auf dem Stein stehen! Ja, soweit komm ich gar net erst! Mann, ey! Diesmal bin halt ich der Depp! Du musst erst hoch springen und dann rüber! Drücken! Erst hoch! Also gerade hoch springen und dann rüber drücken! Hab ich! Jaaaa! Und dann verrechelt, ey! Das ist aber oben alles voll wie blöd! Du kannst ja gar net, warte! Ich muss den ein... Der muss jetzt schießen! Schieß! Ah mann, der Wichse! Der wir springt net nach drüben! Ausstreckt, rollt das Teil! Oh! Ich komm da net rüber! Sollen wir es fertig machen?! Jetzt hat ich so verarscht! Jetzt hat ich so verarscht! Oh mann, wie soll man denn da rüberkommen?! Wie denn?! Ja, ich fand jetzt auch gewusst! Trau dir net, Kagi! Ich mach die Schrecken! Jaaaa! Nein! Komm, wir gehen zusammen! Okay, los geht! Komm, komm, komm! Komm! Das ist eh bloß ein Massensterben, was wir hier machen! Ja, er schießt mich, er schießt mich ganz kalt! Tofi, will ich fertig machen? Ja! Ich fang die Kugel für dich! Ich weiß ja net! Sorry! Ja, kein Problem los! Nein, jetzt hätt ich's geschafft! Ich hätt's geschafft! Ja, genau! Das ist das schwulste Level überhaupt! Wo bin ich eigentlich? Würde sagen, wir machen bis... Übrigens, mit zweitem... Ach, der Scheiße! Würde ich sagen! Hä, was ist das? Der ist doch durchlaufen! Das ist schwule Scheiße! Das mich mal! Fuck! Warte, ich kann dir zeigen, wie ich's mal geschafft hab! Nimm kurz Lösch! Ja, wo bin ich da? Bro, hört auf mich runter zu fausten! Lass mal mich machen und aktiviert mal die Teile nicht! Gut! Gehorn! Das kommt, zeig in der Ernste! War ein Versuch wert! Okay! Ah, nochmal! Wie soll denn das gehen? Ich will auch mal! Simon, du darfst mal! Okay! Das war ein kurzer Versuch! Ja! Mach einfach Blut währenddessen! Die anderen da probieren, oder? Ja! Ja! Dürfen wir auch mal wieder probieren! Ich hatte's theoretisch... Also über die Faust zu kommen, ist gar kein Problem! Naja, das ist in die Faust, die ist auch schon rot! Ja! Da bin ich hier! Wasch was Scheiße, rein! Scheiße! Das Level könnte länger dauern! er hat jetzt schlecht durch was steht jetzt allein da oben weiter frag ich muss dann länger warten auto für schaue zu tun haben wir als wäre es ein Dauer wie die Töpfel aber nicht die Töpfel der Bedeutung die Köln Prozent er würde sich auf sich auf das da war der Stuch für wichtig das magst du die Lauer probieren sei das einfach umbringen wir könnten hinten den hinterher blocken das Tier und das Verbot ist schon mal stimmt ja Theoretisch LOL Ja genau, oh sick! Welchen Blendenblock? Den Laser, also den zweiten Druck dich mal nochmal? Nein! Ja, das ist der zu gut 94 HP Du Wechsel Fuck, jetzt kamen sie gleichzeitig Dieses Fahrschädigschaft Tufi war auch weit Ah, verkehrten Zyker Verlaufen Wer es vielleicht schafft, darf er ins Ziel gehen Ich springe mal in die komischen Stacheln rein Ah, da bin ich Oh nein, jetzt springen wir einfach nach unten wieder Hä? Ey, dieses Spiel Ich check manchmal geil, warum ich sterbe Ich auch nicht Nein, ich hätte warten müssen Es ist okay Wir f... Komm, wir machen einfach alles so fütt und wir fangen einfach die Kugel für einen A-F-D-A-I-L-E-L-Schaufzug durch zu sein Ja, so würde ich auch sagen Ja, wenn du nicht immer drauf springst Ja, dann alle mal hier stehen bleiben zu mir Komm Hä, wie seid ihr da nebeneinander? Wie macht ihr das, dass ihr gleich da stehen bleibt? So Okay Auf 3 springen wir los Wer ist bei euch vorne? Ich Ich bin vorne Ja, okay Dann seht ihr bei sich selbst Aber wie machen wir das jetzt? Auf 3 fallen springen wir versuchen Bereit? Ein leichten oder guten Sprung Ein... Einfach durchrennen! Los! Ohoos! 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 Das war ja gut klappt Sollen wir es vielleicht noch mal auf 3 versuchen? Aber wir verrecken die alle an der Faust, oder? Ja, wenn man das macht, jetzt müssen ja die Leute auf die Faust drauf Na, wir kommen schon durch, das geht schon Jo, meiner ist nicht gesprungen! Einfach alle YOLO die ganze Zeit versuchen, wenn man sich gegenseitig killt, egal Ja, die ganze Zeit für Racky Ich komm nicht mal aus dem Spawnhaus Nein, schon wieder die Stacheln! Mich... Jo! Geht doch weg Mich... Mich killt meistens die... Ähm... Kugel von links Ja, mich auch! Oh, von oben! Was bringt dir das, wenn du oben chillst? Der von oben muss es für irgendwann versuchen! Push! Ah, fucky! NEIN! NOOOOO! Lass mich mal kurz, lass mich mal kurz Oder mach Hauscheck! Irgendwer jetzt! Das ist verliebend am Flamenherz Ey, der schreibt da! Ich hab die Kugel aufgefahren Fuck! Geh, ich muss aber da drüber Ah, der freu mich wieder holen, du assi Das war nicht geplant! Ich war eigentlich auf dem Trampoliplatz Auf einmal bist du weg gewesen! Ihr habt die hinten geblockt, Hauscheck Hey, das ist ja... Ne, der kasselt die Kugel von dem anderen, nein! Ja... Das ist genau wie das Game eigentlich sein sollte! Ach so sprich ich nicht, ja... Ja... Gut, dass das... Gut, dass du wem tot ist! Jaaa... Jetzt hüpf rüber, hüpf rüber, hüpf rüber! Lock mir von hinten! NEIN! Nein! Diesen Messer ist so mies! Ich wär fern! Ich weiß nicht, ob ich drüber oder drunter soll! Ja, ich wär drüber! Stabgek so... AAAAAAAA, die Kugel von hinten! Hallo, Bro! Bro, die Faust macht bei mir nichts! WTF, Kaj, was machst du da? Nein! Nein, ich hab... Den Server hat total immer aus! Der ist ein G neu rein! Jaaaaaa... Nein, so lange ich nicht rausfliege, ist ja wurscht! Mach das! Ah, fuck off! Das ist ja mega Chaos hier! Schau mal, das unten! Das ist alles nur nur rot! Hey, das Trampolin nicht! Das ist von vorne nur rot! WOLT! Boah, da wurde er zerstört! Oblo! Geil! Ah, servus! Soll denn das fehlen! Die Mani-Ali! Die Gun-Timer! Fuck! DIE STACHELN! Alter, jetzt geht doch und du sollst! Simon, ich glaube, ich kann doch nicht mehr joinen! So nicht! Überall ist es nicht! Ja, join nochmal! Das zeigt mir nicht einmal mehr Geg- äh, mehr Lobbys an! Dann start Spiele! Ja, du, das muss nicht sein, ne? Tja! Simon, das zeigt mir nichts mehr an! Ja, Spiel-Neu-Start oder so! Ich muss die Aufnahme schneller unterbrechen! Ja, das ist heißer! Was bringt dir das, wenn du oben bist? Ich war auch noch nie oben auf der Faust drauf! Ja! Flasht schön, halt! Es geht durch! Aber, Ding ist nicht! Wartet es aber mit dem nächsten Level auf mich! Ja! Ja, dick dich! Machen wir schon ein bisschen Blut! Die Anwendung läuft anscheinend bereits! Ja, das ist total behindert! Ich hör den Gamesound noch! Ja, dann schließ es! Ja, muss Task Manager machen! Lauf Arbit rein! Bis der Joint ist alles rot! Oh, ich hab ein mieses Gefühl bei dem Level! Ähm, nicht nur du, es sind Förderwände! Ich seh die Förderwände! Unsere Schwingenteile und Stahl muss ich unten durchdrucken! Yay! Der Game lädt gerade neu! Naja! Fühlt so! Wir waren ja grad Massensterben! Ja! Wir haben ja noch ein Lauf! Ja, das ist so ein freier Kompo! Gut! Musstest du wieder synchronisieren! Ich muss schnell... Dich finden, da bist du! Yo! So, geh! Alle Glänze! Gut! Ah, servus! Und... Yay! Bin wieder da! Und... Hab verpasst! Wir, das hab ich geschafft hab! Du Glitch war uns... Du lagst dich minimal nur! Bei mir lagt keiner! Nur du! Okay! Au! Ach so, dann lag ich immer noch bei euch! Jetzt geht's wieder! Alter! Ach du Scheiße! Oh, da kann unten drüber! Hoppla! Du Wichser! Uh, wie sieht's jemand geweckt! Nein, da schlagen! Ja! Ja! Das ist... Scherz, Sven! Ich lag, glaub ich, ein bisschen! Boah, ne... Geht eigentlich! Als ob! Fuck off! Ich komm über diesen Doppelteil nicht drüber! Oh fuck! Jo! Tuffy ist okay! Das ist gleich in der Mitte, kann man mal warten! Ja, eben nicht! Dann kommt keiner mehr durch! Ja! Ja! Das hier soll das Blutrood! Ja! Okay! Ja! Ja! Scheiße! Ja! Das wird hier was! Ja! 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 Ich lass den vordrücken! Nein! Da war ne Kanone! Ach, kann hier stehen! Da war ne Kanone! Lang steh ich da! Ok, da steht die Kanone! Da oben! Ich hab dir übrigens auch nen Geheimeingang! Falls ihr auch Bock auf den Geheimlevel habt! Absolut! Scheiße! Bin ich blöd! Das wär kurzer! Ja rechts! Da in der Mitte! Oben rechts! Mal so ganz in der Mitte oben halt! Ist ok! Nooo! Ha! So weit war ja auch schon! Ach, da kann er warten! Die Stahl! Degge hab ich auch nur überlebt! Wie komm ich über die zwei rüber? Das schaff ich nie! Nein! Sorry Tobi! Das schaff ich niemals! Hauts ab! Ah, das war zu früh! Fuck! Kann man dagegen anlaufen eigentlich? Ja kann man! Echt? Man kann gegen's Laufband laufen! Nein! Wie schnell ist man da? Nicht so schnell! Schneller! Also man ist auf jeden Fall schneller als das Laufband! War mir grad nicht sicher ob ich schon springen soll! Ja du bist schnell ein bisschen Laufband! Bissl aber! Ja! 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 Oh man ich verreck schon wieder viel zu früh! Sorry Hosek! Ich musste aber zurück sonst hätte mich dieser Morgensstern erledigt! Na! Jetzt komm jetzt komm jetzt komm jetzt! Ich duck mich unter dem Trampolin durch! Erwende! Zu früh! Alter! Die Hälfte verreckn irgendwie immer mal am Anfang! Puh! Nicht ducken! Ja da kann man glaube ich einfach drüber laufen oder? Äh K.G. Aber ich bin bei mir drüben! Ja du bist da! Ja du bist da! Ja du bist da! Verreck einfach viel zu früh! Ich bin ganz drüben! Ja du musst zur Bonus level! Ja! Ja wie soll man da jemals hinkommen ist die Frage! Das ist nicht mein Problem! Ich schaffe ja schon nicht mal den komischen Jump zu der... zu dem Trampolin! Du Assi! Alter ich geh hier nie wieder runter! Ah fuck! Dann muss man einen Double Jump machen! Ich geh hier nie wieder runter! Du gehst da rüber zu dem Bonus level! Versuch das! Sprich mal! Geh nach! Sprich mal auf das Trampolin! Das können wir einfach so! Scheiße! Geh weiter! Wo ist K.G. hin? Wie hast du das jetzt geschafft? Joa! Er hat es einfach eben rüber gelaufen! Ich will mal einen Bonus level Leute! Ja geh hin! Mach! Mach mal! Mach mal Bonus level! Ach das ist hier die Treppe! Für was das ist da oben dieser Kasten? Ah du Scheiße! Es ist... Also bis aufs unterste Fließband... Unterste Fließband ist es glaube ich nicht so schwer! Kannst du einfach durchlaufen! Okay! Kannst du echt abkürzen? Ja wie denn? Stimmt! Du! Kann einfach was abkürzen! Scheiß Controller! Nein! Ich werde gegen die Wand laufen! Also du hast es geschafft! Der Controller geht nochmal! Hauf! Hauf! Auf gegen die Wand zu laufen! Jetzt! Nein! Der Controller ist der Beste! Der ist super der Controller! oder? Der hat 30 Euro kostet! Was soll ich da bitte schon springen? Ah es geht zurück! Was soll ich scheißen? Nein! 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 Ich habe es geschafft! Ja schön! Diese Scheiß Förderband! Der gleiche! Ich laufe rechts vor unteren Förderband runter! Zauber! Nein! Stark Simon! Diese Scheiße! Oh! Du hackst doch irgendwie! Wehe! Ich! Ich! Ich bin einfach zu braun! Nein! Das ist in die andere Richtung! Und ich verwechsel es immer! Das habe ich gerade eben schon gesagt! Das ist mir schon mal passiert! Das ist mir schon mal passiert! Das Omos ist nochmal in die andere Richtung! Ich habe es gewusst, dass du das versagst an der Stelle! Weil dir das nicht aufgefallen ist! Ich habe es gemerkt, als ich fast in die Stachel schon bin! Meiner tut sie einfach! Das ist mega Rage! Ich habe ein neues Item im Inventar! Bring mich doch um! Ich bin tot! Du bist gegen den oberen Stachel! Hä? Ich stell da schon dreimal drauf! Keine Ahnung! Jetzt laufe ich schon wieder gegen die Bahn! Ich bring dich schnell um! Nein, Mann! Er hat einen Schiss los! Oh! Ach du Scheiße! Das sieht doch schön aus! YOLO! Warte! Komm! Warte! Das ist klar! Ich stell mir da die... Hä? Wie geht das jetzt? Was ist jetzt los? Ich stell mir mal sich jemand bitte dahin! Wie scheiß denn der? Ja! Du fällst schon auf der falschen Seite! Nein! Und auch rüber! Ja, ist okay! Ehr schafft sich dann rüber! Ja, kommt! Dann springt rüber! Einer von euch! Okay! Hörst du euch hin? Hä? Hey! Warum?! Joooo! Jetzt spielt noch wer, den ich kenn' Bloody Trappland! Schlaf mal hier auf der Winkel! Uh! Nein! Da ist ne Faust! Uh! Ja, komm! Danke Tuffy! Easy! Hey, das ist schwierig! NEIN! Ich weiß, ich mach das mal legit! Das schafft nie immer so! Das schafft! Du machst legit! Ich will auf dem Büro mich drüber springen! Ist okay! Ne, ne, ne! Du warst bloß unter mir! Ich spring bloß dann, wenn ich laufe! Das funktioniert nie im Leben! Ah! Unten soll ein Spike! Soll ich scheiße! Noch wer der Bloody Trappland spielt! Bei mir! Sven muss sich das auch holen, hey! Ah, komm! NEIN! Sven! Bei 5 Likes muss Sven sich das auch holen! Wir haben's zwei wenig! Alter, ich hab's fast runtergeschafft! Ich hab's immer ganz runter, bloß uns unten immer... Ich hab's letztlich hier rüber geschafft! Ja, ganz rüber schaff ich's nie! Ich sch... Ich scheitere einem an dem... Ich werde an dem unten rechten Spike! Der ganz unten in den Förderbaut ist! NEIN! Ich verreck' ja teilweise schon da oben! Ja, danke! Ich verreck' ja teilweise schon da oben! Nie weiß, ist das möglich! Ja, aber was schlägt! Wir sind weiter drauf gegangen am Spike! Ich seh' nicht mal, wo ich verreck' wirken zu viele Leute! Ich seh' nicht mal, wo ich verreck' wirken zu viele Leute! Ich seh' nicht mal mein Charakter! Scheiße! Alles rote ist einfach! Ja, blauer Charakter! Ach, komm! Die duckt sich da gleichzeitig! Wieso muss man sie da ducken? Wieso muss man sie da ducken? Um unter den Scheiß-Bikes durchzukommen! Am Förderband! Ah, Mann! Alle drei gleichzeitig! Fuck off! Ich komm' nicht mal zu dem Förderband! Ja! Ich schau' nicht! Ich bin irgendwie schon zum dritten Mal unten den richtigen Weg gegangen und hab's geschafft! Niemals komm' ich! Fuck! Sag' ich niemals! Mir ist viel zu warm, wir können gar nicht mehr gerade ragen! Stellt sich mal einer wieder an die Ecke! Ich bin runtergefallen! Okay! Holy fucking shit! Fuck off! Ich komm' nicht mehr rüber! Verreck' einfach aus Versehen! Tot! So ein Schreib-Cut dauert nur so lange, weil ihr so schlecht seid! Wenn ihr das Video sieht! Wo bin ich denn verreckt? Ah, Alter! Der ist tot! Sieht man die Benachrichtig... Benachrichtigungen? Wie denn? Von Sven? Bei mir nicht! Bei mir nicht! Bei mir nicht! Hat der was schrieben? Man, ey! Diese all die blöde Säge! Ich peil die nicht! Boah, ich brauch' jetzt was zum Trinken! Will ich mich hier ständig opfern und keiner rüberkommt! Ich schaff's grad nimmer! Ich weiß nicht, wie das geht's! Ja! Oh sorry! Ja, ist okay! Schmeiß mir irgendwas runter! Glaub's nicht! Ich... Ich schaff's nicht, auf dich draufzuspringen! Oder was? Ich weiß nicht mehr, wann ich springe! Lass nicht rüberkommen! Warte mal, ich muss legit! Hä, was ist jetzt? Ah! Hab bloß keiner was gesagt! Doch, die ganze Zeit sagt mir was! Nein, nein, grad eben! Für kurze Zeit war nix! Wann schon zum Dritten mal drüben jetzt! So, ihr habt's glaub' ich noch nicht einmal! Ich war natürlich mal drüben, Horscheck! Hat nie funktioniert! Ah! Die Faust! Das ist eine schwule Faust! Die Faust ist doch alt! Du musst anspringen, wenn's auf dich zufährt! Das war schwach! Ich bin schon dreimal auf die Faust zu probieren, oder? So, was wir auch probieren! Ich mach halt alles rot! Okay, 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 so! Was mein's? Hopp, alles war ein wenig schnell! Fuck off, ich versteh's nicht! So, jetzt mach' ich auch wieder mit! Da, da, durch! Glaub' in die Torse! Oh, 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 oh! Ah! Ist das ernst, Tufi? Hä? Ah, nee! Dieser blödes Bike! Da sind so viele Menschen, incorporen! Da unten ist ja nochmal einer! Ja? So weit war' ich noch nie! Du hast ein 5. Mal rüber. Hoschek, so ähnlich oft habe ich es auch schon versucht, aber die Faust ist grauenhaft. Ja, ja, nein! Nein, ich wohne! Wie bist du gerade gestorben? Ich spring rüber, aktiviere die Faust, komme wieder zurück und werde runtergefahren. Nein, ich springe halt wieder rüber, aber schaff es nicht mehr. Ich war fast abfördernd, aber ich bin da in die... Scheiße. Alter, die Zurufe. Hey, die zweite Faust wieder viellässiger, die erste da. Ne, die erste Süße. Ja, die zweite Süße. Ja, ich komme aber zuerst. So säg. Ich hasse diese Säge, die ist so ein Scheiße. Die links unten kotzt mich an. Ja, die links unten, die Säge. Schau mal, wie durch die Scheiße ist. Was die für Probleme haben. Mit Sägen. Im Spiel nur ge einzige Säge gezählt. Ja! Ja! Bitte mach fertig! Mach einfach nur fertig, Hoschek. Ja du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, was ist das jetzt? Well, I wish. Achso. Ähm. Da kann ohne, da kann ohne. Ja, ich soll das schaffen. Ja, ist okay. Wir müssen übrigens nach rechts, falls es euch bewusst ist. Mehr müssen wir nicht. Geh links rein. Nein, links ist ja... Nee, das ist kein Geheimgang. Das wäre der normalen Geheimgang gewesen, Hoschek. Das wäre der normalen Geheimgang gewesen, Hoschek. Wir kommen grad aus dem Ausgang vom Geheimgang. Du musst da rüber! Ja! 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 Zur Panikversch-Handy runtergeschmissen! Haha! Hey, warum komm ich da nicht hoch? Äh, das sind keine Laser oder so, ne? Warum bin ich immer der da unten ist? Ja, ich weiß auch nicht. Jo, ich hasse diese Säge. Ich bin auch mal oben liegen. Wie kommt man da rüber? Ja, wir müssten echt einen nachher anderen hüberspringen, weil so kommt es nicht. Das ist doof, Hoschek! Hoschek, einer muss was tun! Nein, nee! Man darf, muss das... Man muss auf direkt einmal... Wow, what the fuck, Hoschek! Nein, nein! Scheiße. Ey, das ist das hier aber noch grade eben gesagt. Du musst direkt back to back schauen, dass wenn die Säge grad oben ist, du das erste Mal reinspringst und das zweite Mal wieder rausspringen, während sie kurz vorm unten sein ist. So wie Tofi grad vom Timing. Nur halt nicht gegen Spike. Das war wieder Spike. Das war wieder Spike. Was mit Hoschek? Was mit Hoschek? Ich... Oh, war das schlecht. Hoschek? Hoschek? Hoschek ist gemuted. Super. Ja, Simon springt mich von unten an! Wir sollten echt mit dem einen nach dem anderen. Nein! Jetzt lass doch mal! Hahaha! Dann mach jetzt du, Simon! Ach, da muss ich springen dann, du! Ja, irgendwie musst du dann springen. Nein! Mich hat der Morgenstern zerpatscht! Nein! Mal, wenn ich da springen! Ok! 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 Ich hab's gerade auf die Säge gesprungen! Ich hab das schlechteste... Alter, Simon, du Wichsel! Wir haben gesagt, keine nach dem anderen! Ja, wollt ihr ja nicht! Ich war so im Jump'n'Run und dann bin ich... Ich hab das schlechteste Timing, das existiert! Ja! Haha! Einfach voll ganz hinten vor drängen! Die Säge ist auch schon komplett rot, die muss stumpf sein! Nein! Ich hätte endlich das Timing gehabt! Ja! Geh halt weiter! Ja! Wenn jemand dauerhaft an mich hinsch... Scheiß, die Mama! Dann bin ich schon selber schuld! Hä? What? Leck! Nein! Die Säge ist bei mir zurück, die Leck! Ja, was machst du denn hier? Du wirst! Spring doch! Ja, wie denn? Geh du rüber! Hahaha! Ja, wenn du einfach in mich reinspringst! Scheiße! Nein, ey! Zu früh! Das Timing wird grad stimmen! Jo, wie wieder alle drängen! Achso! Hahaha! Doch! Alle rein in das Ding! Hosek, das ist nicht dein Ernst! Das ist so unnötig! Oh! Scheiße! Das war wieder falsches Timing! Mann, ich bleib immer an dem letzten oben hinten hängen! Wieder irgend so Spaß, die in mich reinspringt und ich deswegen verreck! Das wäre ein DDoS Angriff auf euren Server! Nein! Wir könnten uns eigentlich auf diesen Drehding-Auto oben drauf stellen, ja! Auf welches Drehding? Auf welches Drehding? Da oben rechts halt! Der Teil war zum Geistrate! Ja da komm schon nicht hin! So geil! Da hat diese blöde Morgenstern! Vorhin hatte ich immer das Timing! Da hab ich den Sprung nicht geschafft! Jetzt schaff ich den Sprung, aber hab das Timing nicht mehr! Ach, da gehst du rein! Oh mein Gott! Sei hoch! Ja! Hosek, kannst du aufschlafen! Ja, weiß, ich geh davon aus, das ist nicht so schwer! Das ist auch nicht so schwer! Ja, aber wenn du zum Viertel irgendwie dem Ding rumcampst! Wie ruhig das jetzt auf einmal ist! Äh, Muschi, konzentrieren! Ja, Hosek ist... Mute und ihr beide seid Konzentration! Ne, weil nicht ständig irgendwelche auf den Dinger rumhupfen! Ja! Es sind nur noch zwei! Statt... Vier Leute! Ja! Tja! Aber, nicht... Ja! Tja! 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 Kalle wird das tun! Schön schön, das Junge! Tja! Ich sagte, Bild durch Jung! Es ist Teil! Tja! Hosek war kein Problem! Tja! Hosek ist ein Ergebnis. Es ist ein Ergebnis. Tja! Wie. Man kann es nicht so festhalten werden. Ich warte. Bin dabei. Hier. Perfekt. So schön sauber. Als ob. Das schaffst du auch noch. Wir sollten beim Ziel ein Springverbot einführen. Müssen wir echt machen. Ducken geht ja, aber kriegen wir hier auch so ein lässigen Name zusammen. Warte. Schicks Name ist, solange der Sack ein lässiger Name geht. Hier geht was. Da. Ist das ein Scheiße. Glühlampe. Ich hab keinen Namen. Bei uns schon. Mit irgendeiner Taste kann man es ausschalten. Ich weiß gar nicht mehr mit welcher. Das war ich, du Mixer. Mit Y kann man ausschalten. Ich hab ja gerade Tasten drüber. Mit Y kann man ausschalten. Ja, da geht's, weißt du auch. Du Sackgesicht, Alter. Warte halt. Sollen wir weitergehen? Ich probiere einfach eine Taste auf. Das ist schmiert. Warte mal, deiner hat gerade was gemacht, weil du ewig rumgestanden bist. Hosek macht meiner da. Ja, dann holt's so oder so. Jetzt sieh mal, du scheiß Jude. Nein! Ich war drüben. Macht meiner was? Meiner war glücklich noch so ein bisschen hin und her. Das war das, hey. Sollen wir sagen, wir enden das Trauerspiel. Ja, weil du mich umbracht hast, du Wächse. Na ja, wegen mir, aber weiß ich nicht. ab und nun mit dem 9 neue Stürmer warte weiter ich durfte lieber 3 jetzt hast du es auch ja ich bin gleich bloß an dem jetzt Tobi Mach fertig, oder irgendwer Ich bin draußen Jawohl Jawohl, 2-9 Ufak, 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 Ufak Ufak und Hoshig lag bei mir Warte, gib mit dem Messer ab Ähm, ich hab nur minimal lag Ich auch Simon Ja Simon Timeout Das war fuck timeout Die timeout Ja, timeout Ja, könntest du ja nur joinen Ähm Oder soll ich neu aufmachen Ja, ich könnte auch neu aufmachen, du musst nur was lernen wissen Nein, ich hab ein bisschen leid, du kannst, äh doch, geht nur Nein, da musst du die Porta 2 geben Hey, ich bin wieder da, es geht doch Warte, 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 wo ist Audi? Es geht wieder Es geht nicht Ach so, der ist rechts oben Ah, fuck, da ist ja das Rad Alter, als ich da reich schwungen bin Dieses, dieses Läge ist einfach irgendwo hingeflohen bei mir Tobi, das war alles nötig, gell? Scheiße, das schaffe ich niemals Das schaffe ich niemals im Leben Das ist noch schwer, aber Hey, jetzt hat der scheiß Ding schon wieder abgesperrt So Hey, was kann man hier oben machen? Ah, fuck off Gibt die, gibt die Kanone Ja Das ist einfach mal die Kanone Alter, das macht die halt echt weg Lässtig Ja, die schießt die ganze Zeit gegen den scheiß Ding Und dann ist die nichts Ach so, stimmt Ja, was bringt's eigentlich, wenn man hier oben ist? Nein, Horschek, du musst hinten bleiben Danke Nein, das geht schon Entschuldigung Wechsel, Alter Sorry Ja, das geht, das geht, du musst warten Du musst gerade, wenn das runter geht Du musst du hoch Yo, es leckt wieder Das besser fliegt irgendwo hin Das besser fliegt irgendwo hin Ja Ah, jetzt glitzt sie wieder rum Gut, warte, ich mach mal dir den Ding-Stream aus Ich bin noch da Ja, mach mal deine Pornos aus Ja, genau Hey, ich bin noch drauf Leute, ihr seid nur geflogen Aber ich hoffe, das beendet die auch noch nicht Hey, jetzt bin ich blau Was soll das? Ja, dann musst du rausgehen Das muss ich sein Okay Stoßen Kamera raus Ja Escape Den Start und dann, äh Exit zum Mainmenu Entweder Start Wie will ich schon da runterkommen? Einfach durchfall Wie das? Ja, mittendurch und dann nach links Ja, genau so, bloß besser So, jetzt kannst du joinen, Tuffy So Horschek ist wieder blau Ah, ne, da oben darf ich denn springen Da muss ich ja, gell Musst du Doch, ich muss springen Hi Hallo Ah, fuck, hey Hallo, Simon Servus Hallo, Horschel So ein Assi Servus, Sven Servus, Sven Du weg, Sache Ach, du Scheiße Shoutout an Sven hier an dieser Stelle Oh, fuck, hey What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Minimal ist die Leckse Aber nur weil Nur manchmal Oh, fuck Ich war durch Fuck, hey Ja, Tuffy Das ist doch ein Dreck Was bringt das eigentlich da oben? Nix Ja, nee, weil da kann ich ja für euch, aber da geht nix, oder? Check mich hier in die Ecke Bis hin im vorletzten Level der Welt Ich glaube nicht Ja, warte, warte, warte Ja, fickt euch einfach nur Einen Scheiß Das ist doch ein Dreck Ah, komm, wie hat nur nix klingt So viel Hä Hä, sehen wir, dass ich da irgendwie komisch habe Wieso? Fasche Na Ich bin wieder zum Glück Zu viel Du darfst du erst Gut, das sieht einer, Farag Ja Sag dich Ich geb Ja, goll Schaffen wir's jetzt wieder da hoch Ja, Ante So nett Ja Jeder wick dran und nix Ich warte mal hier Ja Jo, Tuffy Ja, Tuffy Ja, das sind wir uns leck Was? Ja, das bin ich sogar verreckt, weil das Ding runtergeflogen ist Da, fuck Weil mir ist Kalki draufgegangen Hä Ja, Kalki ist verreckt, wie des? Ja, ich bin verreckt und auf Time Out Deswegen hat sich durch Gepackt Der hat sich durch jemand durchgepackt Ja, der Kling hat sich durch jemand durchgepackt Ja, ist gut Ja, ist okay Ja, ist okay Erzeichen Lila Screen Lila? Soll ich schauen, ob ich sie auf Mein Game ist gecrashed Ich schaue mal, ob ich durchkomm Du hast sie! Alter, wie mein Game ist! Jetzt sind wir sonst wie dein Hacks Ja, ist okay Du hast sie jetzt hier ab, Alter Leute, mein Game ist! Ich hab dich umgebracht Hä, du warpschst, weil mir komisch rum Sven hat den Hacker in gehauen, Alter Wer weiß denn, was da los ist? Ich würde halt sagen, wir machen die ähm, die Map noch fertig, äh, halt die Welt noch fertig. Ja, 2-10 halt. Ja, wenn es so weitergeht, wird das nix. Play online. Ah, ah, ah. Wie geht denn dir, Bastard? Ah, ah, ah. Ich musste es synchronisieren. D-O-T-A. Und mal wieder neu dabei. Und jetzt bin ich pink. Jetzt werde ich green. Ich bin immer noch rot. Soll ich beenden? Ja. Ey, ich will es noch mal schaffen. Welches Level ist denn das? 2-9, glaube ich. 2-9, ja. 2-9. Ich schaff's ja eh gleich wieder, Horschek. Geh mal an die andere, äh, in die Ecke rein. Nicht zu früh, nicht zu früh drüber lenken. Wieso? Ja. Warte jetzt mal ganz kurz. Achso, du beschnürst ja gar nicht, du. Warte jetzt doch mal kurz. Ich bin hier, ich bin pink. Fick so. Pink ist halt die einzige Tust von allen. Ist euch das aufgefallen? Geht vor den Lippenstift drauf. Ich hab den komischen roten. Es laggt wieder. Nein, weg da, Achtung. Fass mich, die Säge, duffi. What the fuck, sieh mal das in der Wand. In der Wand, ich bin tot bei dir. In der Luft, ihr. Achtung. Bitte mach das nächste Level. Bitte geh zum nächsten Level, bevor es nicht nochmal tötet. Was ist jetzt? Jetzt bin ich pink. Und was ist hier jetzt? Nix. Da kann man sie nicht umbringen. Gegenseitig. Du musst dich schon mal schnell rauslaufen. Gutsch dich. Ah, das schaff ich doch nicht. Oh, 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 oh. Okay, die eine Seite geht schon mal. Ah, das ist unmöglich. Halt gerade einen von euch gekillt? Das ist, wenn man so viele ist, richtig schwer. Ja. Drum chill ich ja. Das ist voll ungewohnt, dass ich jetzt auf den anderen gucken muss. Da steht doch dein Name drüber. Stell dir vor, du machst Name aus. Mach ich jetzt. Mach ich nicht. Da ist ja die Faust! Ja. Die hat mich schon dreimal erwischt. Ja, warte einmal. Wo kann man nachher mehr ausmachen? Ocelon. Oh, Hosek, das wäre aber eine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Ah, ich laufe ins Bike nicht. Und jetzt? Spring. Ja, sobo. Was macht das? Kann ich doch schon gut. Die Frage ist, wie komm ich da weiter? Wie will ich da hochkommen? Ja, vielleicht über die andere Seite irgendwie. Ach, scheiße! Du musst da rüber und andere Faust aktivieren. Der spackt schon wieder ab. Ich werde nicht am Boden liegen. Wutze. Ah, fuck. Okay, okay. Jawohl! Pink! Okay. Wie, wie geht das? Ich habe das eh nicht. Ich checke es nicht. Ich auch nicht. Ich habe ja niemals. Ich bleibe jetzt einfach hier drüben stehen und... Weißt du, wie man an der ersten Faust vorbeikommt? Klasse Leistung, Kerle! Du musst ja vorher an der Faust sterben, dass du unten durchrollen kannst. Weil bei mir bist du gestorben, Hosek, dann bin ich durchgekommen. Ja, mach dem ein Ende, das ist furchtbar. Scheiße! Bist du tatsächlich eigentlich ganz witzig? Ja, absolut, warte. Bitte, hab mir das leid. Hosek, bist du da auch der Meinung? Ich sag das auch noch. Du hättest auf die Faust müssen, dann hättest du laxen können. Oder Yolo unten durch. BATS! Sag, wenn ich machen soll. Ja, mach. Okay. Ich würde sagen, wir machen das Auto nächstes Mal weiter. Ja, würde ich auch sagen. Wir nehmen gut zwei Stunden auf an einem... Zwei Stunden? ...an einer Folge. Eine Stunde. Ja, ist... Mein Game ist zweimal gecrasht, also. Das ist schon einiges. Wie sollte das gehen? Also würde ich sagen... Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Jetzt hör mal auf, die Scheiße, du sollst da. Nichts labern. Ich glaube nicht. Das nächste wieder hart abwenden. Ich kann's da oben da oben da lassen. Nichts da oben da, D-Abo da lassen. Aber nicht bei mir, sondern beim Razerhead. Sonst so weit kommt's, du. Jetzt hab ich vergessen, wie weit ich schon habe. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ja, das war's echt. Bis zum nächsten Mal. Servus, Leute. Verabschiedet sie euch auch, oder? Ihr Wichser. Servus. Also, servus. Ich verrecke die ganze Zeit noch. Das ist grad enorm witzig, das zu lassen. Ich lass das noch herbei. Ich weiß nicht mal, wie das Level geht. Irgendwie kann ich ihn jetzt steuern. Ich glaube, ich bin im anderen Programm oder so. Den Ton exportieren. Der ist halt schon. Warte, ja gut. Ähm. Stopp. Ah, nee. Datei. Also, bis zum nächsten Mal. Ich nehm die Spiele in den Zähnen auf. Wir spielen feinett weiter. Ja, machen wir auch nicht. Also. Ah, das Level sieht jetzt nicht so schwer aus. Das ist bestimmt bockschwer. Schau mal die fette Säge an. Äh. Ja, da geht's dann beim nächsten Mal weiter. Servus, Leute. , ich bin das idee. Ja, da geht's. Das, was ... Jetzt, was da ...